Hier ist die Botschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Männer ... Sie kommen! Und mit der Nummer 13, der Tom ... Giesel! Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. In unserer kleinen, feinen Runde heute, der Christoph Spicher von der Berner Rapszene, der Baldi Minder, Rap-Urgestein. Hallo zusammen. Das ist in der Musik nicht anders als im Fussball. Zuerst bist du ein vielversprechendes Talent. Dann, wenn es gut läuft, bist du ein Star. Und irgendwann wirst du Urgestein. Bei dir steht, wenn man dich irgendwo googelt und liest, Berner Rap-Urgestein. Wie geht es dir mit dem Label Urgestein? Das geht mir sehr gut damit. Zumal ich ja gar keine Starbein war. Ich bin direkt Urgestein geworden. Ich war von Anfang an etwas im Hintergrund. Und irgendwie Stars waren, glaube ich, die anderen. Oder immer noch. Und ich bin halt so ein bisschen, ja, der Macher im Hintergrund. Aber selber bin ich auch nie gross. On Stage gestanden. Der Macher im Hintergrund, um zu erklären, wenn er Baldi Minder nicht kennt. Der Baldi Minder ist der im Hintergrund hinter z.B. den Kleinkraft. Achtung! Sie zu! Leicht löschen! Klasse kommt! Da kann man sicher vom Parren und mit ihm nicht gefällt. So nehmen wir Finger dort hoch. Das Level ist immer wie hoch. Wir kommen immer von neu. Und meine Lunge brandt. Jetzt sind durch die Nacht schon sieb Tage in der Stadt ohne Plan. Ich könnte doch sagen, ich fühle mich auch. Doch ich fühle mich so jung. Die Stimmen noch mal. Steh vor dem Club. Lass mir auch in die Eis. Halt die Nacht. Doch von mir ist alles egal. Und darum ein wenig Christoph Spiecher. Du hast verschiedene Berner Rapper, Berner Rap-Kombos. Wurzel 5, PvP, The Grice, The Bass zusammengebracht. Und zusammen sind sie dann Kleinklasse geworden. Kann man das so sagen? Ja, auf eine Art schon. Das ist natürlich auch schon sehr lange her, dass es passiert ist. Die Zusammenführung, das war irgendwie 1998 und 1999 haben wir uns dann definitiv als Kleinklasse genannt. Also dort sind wir dann dann offiziell auch so raus. Also die Kombo. Aber ich war ja nicht in dem Sinne alleine. Sondern das hat sich ein wenig so ergeben. Wir waren schon alle befreundet. Wir haben uns immer beäugt. PvP mehr aus dem Breitsch. Wir aus dem Obstberg. Bei uns auch aus dem Obstberg. Zuerst haben wir uns alle noch halbwegs bekämpft auf den Wänden. Und dann hat man irgendwann auch gemerkt, dass wir ja sehr viele Ähnlichkeiten haben. Und dann hat das eine das andere nachher reagiert. Der Hauptpunkt war eigentlich, dass wir dann von Polo Hofer und von der Schmetterband haben wir dann den Bandraum übernommen mit Wurzel 5. Und das war sehr teuer. Und es war klar, da müssen wir noch andere Leute dazu einbeziehen. Und dann haben wir dann PvP, den Beis, dort reingnommen. Und das eine ist auf das andere gekommen. Wurzel 5, ein gutes Stichwort. Wir können die Heine, wir spüren die Heine, wir scheinen, wir sind die Heine, 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 wir sind die Heine. Wir sind die Heine, Aber regelmässig im Stadion ist der Band Kenntersong, der Einlaufsong von den Berner Young Boys. Wie ist dazu gekommen, dass Wurzel 5 den Stadionsong für IB? Also diesen Song gibt es ja eigentlich schon seit 2006, er war auf dem Teamgeist Album und es ist eigentlich die perfekte Stadionhymne. Und zum Einlaufsong, was für ein blödes Wort, abgesehen davon. Wie ein blödes Wort. Zeichne das Bild dazu. Genau. Lieber Einlauf als Auslauf. Ja. Zum Einlaufsong ist es ja eben nachher erst 2018 geworden. Also es ist zwölf Jahre gegangen. Es hat zwar eigentlich irgendwie ein Znauerjahr, hat es im 1898 IB Forum ist es schon mal thematisiert worden. Hey, das wäre doch ein geiler Einlaufsong und das wäre doch passend und so. Also diesen Eintrag, den gibt es immer noch im Gefilde vom Internet, könnte man das noch finden. Es ist auch ein sehr, sehr übersichtliches Forum natürlich. Den empfimmelt in jedem Beitrag. Kennst du das als IB Forum? Nein. Das ist verdammt chaotisch. Das ist wirklich, also es heisst ja 1898 und es ist glaube ich auch aus dieser Zeit so technisch. Genau. Ist das ein Feedback an die Online-Abteilung von der Young Boys? Ich glaube, das würden sie immer, nein, das machen sie nicht selbst. Ah, das ist eine Fanform. Das ist eine Fanform. Aber das gehört so dazu, dass es halt so ist. Total basic. Nur Hits. Mit all den Threads, die sich nachher so weiter abziehen. Und das ist wirklich verdammt unübersichtlich. Ich bin sehr selten der Tropfer eigentlich. Selten so. Weil du einfach nie mehr rausfindest. Wenn du mal drin bist, kommst du erst Tage später wieder raus. Genau. Das ist wie ein Labyrinth. Und du verläufst dich einfach. Du kommst niemals aus dieser Seite raus. Genau. Mal. Und dort ist das eben schon mal thematisiert worden. Aber effektiv. Zum Einlaufsong ist das nachher 2018 geworden. Und dort ist es eigentlich, das ist auf Initiativen von der Ostkurve, also allgemein von der Fan-Kurve, ist das eigentlich passiert. Die sind dann nachher auf IB zu, und haben gefunden, gesagt, wir müssen jetzt endlich mal einen richtigen Einlaufsong haben. Eine Stadionhymne. Weil man hat ja auch davon gesprochen, dass das jetzt nach dem ganzen SIGENTAL-Skandal und so, dass das jetzt viel mehr Bern werden soll. und so. Und dann hat man gefunden, ja, okay, ein Schritt wäre ja mal, dass da, ich glaube, es war ein Rockiesong oder so. Weisst du, der Stadionsong, das war ja irgendwas aus einem Film. Dass das auch etwas von Bern wird und so. Und dann ist das nachher zu uns gekommen, wenn wir da dabei wären und wir natürlich, je, das wäre ja verdammt geil. Und es ist nachher in den Spielrat gegangen und dort haben sie es besprochen und es sind auch nicht alle genau gleich begeistert gewesen von dieser Idee, dass jetzt das so der Song werden soll. Der Spielrat, also die IB-Spieler haben das besprochen? Die haben mit, ja. Ja, die müssen ja jedes Mal zu diesem Song nachher einlaufen. Also sagen wir so, eine Saison lang, dann sind sie ja vielleicht die weg. Ich bin froh, bis froh, haben sie nicht Tokenbesitzer bespielen können. Das wäre heute so. Das wäre heute so. Und das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen kontrovers besprochen worden. Also, das ist nicht gerade von Anfang an sofort klar gewesen. normal, Spielratssitzung. Also, das hat sich im Fall, ich glaube, es hat sich etwa über zwei, drei Monate gezogen. Und dann... Die Spieler sehen sich halt nicht so oft, weißt? Genau. Schauen Sie sich, Termin finden und so. Und irgendwann, im Herbst 2017, habe ich dann plötzlich das Telefon bekommen, vom eBay-Marketing-Chef. Und das sei jetzt angenommen worden. Und dann bin ich natürlich... auch noch gut. Wenn du im Stadion stehst und der Song läuft. Mittlerweile hat man sich wahrscheinlich daran gewöhnt. Ja, es ist für mich immer noch ein spezieller Moment. Wir wollen nicht bis zu Siegenthaler zurück. Wir wollen natürlich vor allem vorwärts schauen, auch in Sachen eBay. Da ist ja etwas gegangen jetzt in der Pause und schon vor der Pause. Wir wollen ein bisschen nach vorne schauen, was steht eBay bevor oder der Liga bevor, wenn eBay das umsetzt, was sie sich vorgenommen haben. Wir wollen aber schon auch noch ein bisschen die vergangene Saison mit dir rekapitulieren, obwohl du sagst, du bist einer, der gerne vorne schaut und nicht so zurück. Wie schwierig hast du sie gefunden, diese Saison? Weil ich finde immer, es ist recht Klagen auf hohem Niveau. Nach dem dritten Platz. Der Mme versteht das Klagen. Ja, schon zu einem Grad. Also Ambitionen, die eBay und der Mittel ... Ausgangslage, Ambitionen, Mittel, vorher so vielmals Meister in Serie und dann ... Man kann immer das Meisterrennen knapp verlieren, das geht ja noch, aber so keine Rolle spielen war schon enttäuscht. Knapp war es nicht. Wie hast du die letzte Saison erlebt? Also das war recht beschissen eigentlich. Also weisst du, genau so ... Ich hätte jetzt, meine Ansprüche wären gewesen, komm jetzt, wie manchmal ist Baselmeister, acht- oder neunmal in Folge. Ich hätte das jetzt wollen schlagen. Ich hätte jetzt die letzte Serie machen wollen, auch wie es langweilig wäre für den Schweizer Fussball, schon wieder so eine langweilige Ära. Aber das wäre natürlich mein Anspruch gewesen, als IB-Fan hätte ich das gegeben. Und wir starten vielversprechend. Wir hatten wirklich eine Sternstunde mit dem Sieg gegen Manchester. Das war sehr geil. Er hat halt schon einiges überdeckt, gell? Genau. Mit roten Karten und in Überzahl und alles. Wie hast du denn? Ja, aber es ist ein sehr, sehr guter Auftritt. Auftritt. Ja, das auf jeden Fall. Einmal. Es ist gleich ein Steinklund, das geht jetzt um ein Fussballspiel. Ja, ja. Er hat immer seine kleinen Geschichten, die noch mitspielen. Aber dann müssen wir immer mehr realisieren, dass es auch nicht so eine Saison geben wird. Und die langsame Verabschiedung aus dem Meisterrennen. Also das ist ja ein sehr schleichender Prozess. Ich meine, der Speicher hat ja nochmal kräftig eingekauft. Und das war ja eigentlich ein Zeichen, dass wir so hey, wir geben alles, wir setzen alles in die Titelverteidigung. Und wir hatten ja die Hoffnung auch gehabt. Ich glaube, einer der ersten Matches war der gegen St. Gallen, wo wir das 3-0 aus dem Hang gegeben haben. Und das war eigentlich ein sehr bezeichnender Auftritt. Es war einfach irgendwie, es hatten viele Faktoren, die in mir gespielt haben. Ein grosser Faktor ist das Mentalitätsding. Dass man nicht mehr durchziehen konnte und das Zeug nicht mehr. Es gab auch fast keine dreckigen Siegen mehr. Und das brauchst du ja. Das hat man ja auch umgekehrt beim FC Zürich gesehen. Was es eben auch umgekehrt, die haben auch nicht immer übergezeugt. Aber die haben halt einfach die Punkte geholt gegen die Kleinen. Sie hatten schon eine schöne Serie. Ja, aber schon ziemlich beachtlich. Aber ist das ein bisschen Aura? Das war bei der FC Basel in seiner Hochphase auch so. Auch der FC Basel hat nicht alle Spiele dominiert. Aber schon im Falle recht. Ich muss schon sagen, in der Zeit, in der sie wirklich grossen Vorsprung hatten, waren sie kaum mehr ernsthaft gefordert. wie das Roger Federer-Syndrom war. Dass der Gegner schon von Anfang an nicht daran glaubte, den Roger Federer zu lassen. Der Roger Federer hat ganz viele Matchs gewonnen, obwohl er gar nicht wirklich besser war. Okay, der FC Basel ist in der höchsten Phase. Er war sicher überlegt, aber auch dort. Und nachher ist IB gekommen und hat auch viele Matchs gewonnen, wo sie jetzt nicht immer noch besser waren. Genau. Die Nachspielzeiten. Die Nachspielzeiten. Und das war einfach so das Mentalitätsding. Dort hat man einfach immer geholt. Irgendwie war es dann wie umgekehrt. Diese Saison haben dann unsere Gegner plötzlich zu merken, die kann man nicht falsch lassen. Und es ist ja eh schon so, dass sie gegen uns, es gibt ein paar Mannschaften, die doppelt motiviert sind gegen uns. Die einfach Vollgas geben. Und so haben wir recht viele Punkte liegen. Ich habe eben nicht gefunden, dass es unbedingt jetzt gibt, dass in der Winterpause so ein Angriff gestartet wurde. Es sind ja schon Spieler gekommen, aber die sind gekommen, zum anderen ersetzen, die abgegeben worden sind. Das war ein stärkeres Signal. Ja, ja, ja. Das stimmt. Das stimmt natürlich schon. Ja, ja. Das stimmt. Das stimmt natürlich schon. Ja, ja, ja. Genau. Das hätte man vielleicht zuerst sagen müssen. Genau. Die anderen sind ja ... Die Milsons sind nur gekommen, zum anderen ersetzen. Ja, ja. Die Fuss-Job von einem steht. Das ist auch nicht einfach. Ja. Dafür kommt jetzt ein und der andere zurück und am Schluss haben wir dann zu viele Spiele. Insomé ist wieder da. Das Training von den Young Boys hat heute angefangen. Die sind heute ins Training gestartet mit dem Jean-Pierre Insomé. Wir schauen jetzt das neue I.B. Also das I.B. von der neuen Saison. Christoph Spicher. Weisst du, was er jetzt genau macht? Gesamtverantwortlicher Sport. Er ist im Verwaltungsrat in der Geschäftsleitung. Er ist Leiter der Sportkommission. Er ist der Don. Ja. Er ist der Don. Ich habe für mich überlegt, was seine neue Rolle ist und ich habe das Gefühl, er wird auch ein wenig telefonieren als vorher. Also weisst du, er nimmt sich ein wenig weg von der Front und hat das jetzt am Vorberg ein wenig übergeben. Einfach den Teil vom rumtelefonieren und einfach das Transfer-Ding ist glaube ich schon ein wenig mehr in seinen Hängen und ich habe das Gefühl, dass er mehr im strategischen Bereich einfach tätig sein wird. Und jetzt mal, also die Drecksarbeit, einfach so der Teil vom, das wo halt sehr viel Zeit frisst und nie aufhört, das geht ein wenig ab. Also so habe ich es für mich analysiert. Es war noch interessant, dort wo man hat schon diskutiert, wechselt er jetzt eigentlich die Bundesliga? Es war schon im Gespräch bei gewissen Vereinen als neuer Sportchef. Es ist ein recht eindeutiges Statement, dass er sich jetzt richtig gemütlich niederlässt in den Bern. Ja und auch, ich meine das ist natürlich schon noch spannender, wenn du, es ist ja nicht gerade eine Macht häufig, die er da geholt hat. Er will wirklich einfach wahrscheinlich mehr Perspektive schaffen, als wochenlang verbröteln, um irgendeinen Transfer aufzuleisen. Weil das hat jetzt die von Bergen, die da irgendwie in der Welt herumreisen und irgendwie bei Sosho irgendwie drei Stunden Verhandlungen führen kann. Und er tut dem Mail, hey was machen wir nächste Saison, was machen wir übernächste Saison. So etwas, das ist dann die Aufteilung. Und der Vanja Gräuel ist ja auch noch dort, wo seine NFTs Pfeil bietet. So ist es gut aufteilt. Ja, so, 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 so denke ich obwohl das, was es ist. Und der Steve von Bergen hat aber durchaus Backup, dass er bei allen Sachen den Wuschel fragen kann, oder? Definitiv. Wenn man so den Stempel geht. Ja, ja. Genau. Es ist auch eine Einführung von ihm, so. Es ist vielleicht auch noch eine Übergabe, in dem Sinne. Eine Einführung im Sinne von einem Einlauf. Genau die Begrifflichkeit. Einlaufkinder statt übrigens im Duden. Einlaufkinder? Mhm. Oder nur in der Mehrzahl? Gibt es ein Einlaufkind in Mehrzahl? Äh, in Einzahl meine ich. Das Einlaufkind? Die gehören ja nur in Gruppen. Okay. Ähm, Raphael Vicky. Wir machen mal die Personalie durch. Nur mal schauen, wie Ebay aufgerüstet hat. Gehen wir bis auf die Geschäftsstelle? Nein. Wir gehen jetzt von der Geschäftsstelle langsam Richtung Mannschaft. Raphael Vicky, neue Trainer vom Memme, weiss nicht, dass er von Raphael Vicky als Trainer Wenn er viel haltet, sieht es jetzt in Bern aus. Hat man da Freude? Äh, ich, ich bin einer gewesen, wo hat gehofft, dass er nicht tränen wird. So. Weil er Basler ist? Äh, er ist ja kein Basler. Ja, aber er war ja bei Basler vorher. Vielleicht reicht es schon viel schlimmer, dass er Wallis ist. Äh, nein. Ich weiss es nicht. Ich bin, ich bin nicht so, es ist bei mir mehr so, ich bin nicht so, irgendwie ich habe nicht das Gefühl gehabt, er habe nicht so Charisma. Für mich. Ich bin jetzt nicht massiv in die Tiefe. Ich habe einfach gehofft, dass er nicht Trainer wird. Und dann habe ich auch so, ach, Schreck, jetzt ist ein Trainer. Und nein, wie kann man nun? Irgendwie. dann habe ich mich aber dann gleich noch ein bisschen, also ich habe einfach Gespräche geführt, weil ich auch so eine Social Media Eruption habe, wenn ich auch mehr oder weniger Geistreich habe. Und dann gibt es dann so Feedbacks und dann führst du Gespräche und so. Und ich bin ja... Und ich bin ja... Es ist wie der Sportchef, er führt zu sprechen. Genau. Und ich habe mich... Sprechen auf Social Media? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Jetzt schreien alle. Du kannst einfach zurückfrauen. Nein. Es war dann eher im persönlichen Bereich. Oder ich schreie etwas auf Social Media. Und dann gibt es irgendwelche Feedbacks one-to-one. Und auch sonst eigentlich... Also ich meine, ich habe ja schon gewusst, sie ist Palmares beim FCB. Jetzt einmal in Bezug auf die internationale Dinge. Es war recht stark. Sehr stark, ja. Die internationale Kampagne. Ich meine, es kam auch bis in Acht ins Finale und so. Und haben vor allem auch geil gespielt. Ich weiss es auch nicht. Es ist bei mir eben mehr so ein Charisma-Ding. Und dann habe ich diese alle eigentlich nicht verdammt gerne. Und ich weiss, es ist nicht ein verdammt fundiertes... Nein. Wer hättest du denn wollen? Der Franco Foda? Nein. Nein. Aber es ist natürlich vorher ist halt Lucien Favre rumgeistet. Ja, come on! Und wirklich so mit. Wir haben ihn gesehen in «My Leaven». Das ist das eine Stadion-Restaurant. Und der andere hat ihn auch gesehen. Und das wurde dann auf dem einen Medienportal so hochgepostet. Und dann... Ja, ich finde das halt noch eine geile Sache. Also du meinst, er sagt «Gladbach ab, aber IB zu». Ja, so. Im Sinn von... Ja, der hat ja genug Geld verdient in seinem Leben. Ja. Und das könnte ja noch schön... Dann kann ich wieder zur Iverdung gehen, wenn schon. Ja, zu Zürich. Ja, zu Zürich. Ja, zu Zürich. Ja, genau. Und dann natürlich Lucien Favre oder ähm... oder ähm... oder ähm... jetzt ich persönlich... Es war halt schon zuerst eine Enttäuschung. Es hat sich bei mir so aufgebaut. So das ganze Ding. Ähm... Genau. Den hätte ich noch gerne gehabt. Und so... Ach gut. Den hätten alle noch... einige, die überhaupt nicht Fan sind. Also ja... Wolfingen, er ist alt und er ist ein Hure... Er ist ja auch ein grummel Bär. Und er kann die Spiele mit den Medien jetzt auch nicht unbedingt Huregut. So. Also er ist ja auch ein Spezi-Kopf. Und das hat mir jetzt auch noch gefallen. So ein bisschen unnahbare, schräge... Und jetzt gebe ich in meinem Fall voll in das Rafi-Wiki-Ding und ich will dem eine Chance geben. Etwas anderes bleibt mir ja gar nicht übrig. Ja, ich glaube jetzt... Ähm... Nein, es gibt nicht so einen Rat, einen Fan-Rab. Einen Fan-Rab. Ja, wir haben es überlegt. Jetzt schauen wir mal. Und es wäre ja auch eine schöne Story, genau wie er hat angesprochen, es wäre ja auch eine schöne Story aus meiner Sicht als IB-Fan, dass es jetzt bei IB noch besser funktioniert als bei Basel mit dem. Der, der es bei Basel geschickt hat, dann IB Richtung Erfolg. Ja. Warum ist der Rafi wirklich ein guter Trainer? Also, erstes Mal, du hast das gesagt, das mit dem internationalen Parkett. Das heisst ja, er erfüllt die Anforderungen, die international eigentlich gegeben sind. Was für einen Fussball du musst spielen? Und das betrifft nicht nur spielerisch, dass er keinen Erfolg hat, sondern er bringt auch die Spieler dementsprechend weiter, dass sie auf dem Transformer sehr attraktiv sind. Basel hat dort wahnsinnig, unfassbar viel Geld eingesteckt für die Spieler, die auch der Rafi Wicki herausgebracht hat. Und es ist auch ein attraktiver Fussball. Das muss man auch sagen. Ja. Da erwarte ich also einiges, wenn Rafi Wicki eine funktionierende Mannschaft übernehmen kann. Und die Mannschaft wird funktionieren, weil sie wird unter anderem vom Don Speicher zusammengestellt. Ich glaube schon, dass das wieder funktioniert. Und IBH muss noch etwas beweisen, natürlich in dieser Saison. Ja, nur schon Zugang also mit Cedric Giten und Filipe Ugrinic. Ugrinic ist, glaube ich, einer der spektakulärsten Spieler der Liga. Das ist wirklich sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Nein, sicher. Unfassbar. Sind das nicht so die Transfer, die der FC Basel zu seinen guten Zeiten gemacht hat? Das wären alle die, gerade die Eiten und, ähm, und, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Ugrinic sind gerade die eigentlich so zwei, wo du denkst, vor fünf Jahren, vor sechs, sieben Jahren wäre es völlig klar, dass die zu Basel gehen. Völlig klar. Also es hätte gar keine andere Option gegeben. Und jetzt muss halt Basel, wenn sie einen Zuzug aus der eigenen Liga machen, jetzt haben sie wenigstens die Letaille von Winterthur geholt und sonst sind eigentlich alle die erste Adresse ist, ist halt einfach die interessante Adresse. Und als Spieler weisst du halt auch, was du dort überkommst. Also ich glaube, man glaubt am Spieler, wenn er immer, wenn er einem Spieler etwas verspricht. Wenn der Eiten jetzt zum Beispiel zu Basel gegangen wäre, was ich jetzt finde, wird nicht funktionieren. Ich habe mal mit ihm geredet, als er noch bei St. Galen und bei Luzern zweimal habe ich mit ihm geredet, als er dort noch gespielt hat. Und dort wurde er so enttäuscht von Basel, dass dann zu viel braucht, dass einer wieder zurückgeht. Und zudem hat er nicht einmal die Sicherheit, dass sie ihn holen. Wenn sie ihn holen, dass sie dann nicht noch, wie letztes Jahr am Transfer-Deadline oder Deadline-Day noch fünf Spieler verpflichtet und dann setzt es dir noch ein riesen Kaliber vor und du spielst dann nicht. Ich glaube, da weisst du bei IB besser, was du bekommst. Da weisst du schon von Anfang an, dass noch sieben andere Top-Stürmer im Ball sind. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Unsame, Kanga, Sibadjö, Eton, sind das nicht zu viele Top-Cracks ganz vorne? Mal. Unsame kommt ja wieder zurück jetzt. Ja, ja. Aber Sibadjö, also irgendwie, der ist ja bei Dortmund im Gespräch zu sein, aber nein. Ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, dass dort noch zu einem oder anderen gehen wird. Also eigentlich bleibst du ja mittlerweile so weit, wenn es ein Transfer ist und du hast vier Stürmer im Kader, dann weisst du, also man ahnt zumindest, dass der Spieger schon den Transfer von denen, die weggehen, schon aufgeleistet sind und eigentlich kurz vor der Unterschrift. Nehm ich jetzt mal. Ja, umgekehrt ja. Also das ist ja jetzt in den vergangenen Jahren immer so gewesen, dass eigentlich, wie jemand bei uns gegangen ist, hat er eigentlich immer schon gerade die Antwort parat gehabt. Das ist schon sehr beruhigend. Nachher als Fans. Also Sibaccio oder Kanga Einer von beiden? Oder Insame. Ja. Der kommt halt nichts mehr rüber und der Sibaccio hat halt Torsitzkönig Kronen. Nein, einer Krono. Nein, eben, Sibaccio oder Kanga wird gehen, nicht Insame. Und Insame, der geht jetzt nicht, der kommt jetzt mal an und der bleibt jetzt, ich glaube, der geht nicht mehr so schnell weg. Ich weiss nicht, ob sie ihn gerne behalten oder lieber weggehen würden. Sibaccio jetzt? Nein, Insame. Ja, das kann ich auch nicht so richtig beurteilen. Also Sie haben offenbar mehr und mehr. Nicht zu Venezia abgeben, weil sie einen ums Verrückchen haben. Nein, der Herr Burst musste ein bisschen Auslanderfahrung sammeln. Jetzt hat er das gemacht, jetzt kommt er wieder zurück, jetzt ist er zufrieden, jetzt hat er den Drang nicht mehr, dass er unbedingt ins Ausland muss. So gut ist die Erfahrung, jetzt nehme ich nichts. Nein, so gut ist sie nichts. Er hat selten gespielt, bei Veneti. Ich habe dann irgendwie zehn Minuten und so und kein Goal geschossen. Ja, das ist doch nicht so ein Erfolgsversprechend. Aber wenn du jetzt auf das Kader schaust, was man jetzt so weiss, macht es einem schon etwas zuversichtlich für die nächste Saison, oder? Das macht es einem zuversichtlich. Ja, ich freue mich wirklich auf die kommende Saison. Für mich ist noch ein bisschen das Fragezeichen mit der Innenverteidigung. Also, ob ich dort noch etwas gehen würde. Weil so, äh, der Lustabwerker ist halt schon nicht gleich stark zurückgekommen, wie er gegangen ist. Auch nicht gleich stabil. Ja, genau. Sehr oft ausgefallen. Ja. Ja, genau. Ich meine, das ist auch nicht zu unterschätzen, so ein Achilles-Szener-Riss. Also, ich meine, das ist nicht gesagt, dass man da immer in der Lauper ist ja zurückgekommen und hat irgendwie, äh, gerade verdammt eingeschlagen wieder. Aber bei ihm ist es jetzt halt nicht der Fall. Er ist auch schon etwas älter. Ich würde sagen, der Lauper ist ja auch ein paar Jahre alt. Genau. Und ich hatte das Gefühl, dass dort noch etwas gehen würde. So. Oder ich hoffe es, dass man dort vielleicht noch etwas macht. Und sonst, ähm, sonst schauen wir halt mal, wie sich das entwickelt. Langsam wird es so etwas eng. Der Lustabwerker müsste dann künftiger Sportchef werden, wenn er aufhört. Weil das ist auch das Prinzip. Mhm. Dass man als Abwehrchef zurückholt wird. Dann müsst ihr aber schon noch ein paar Jahre spielen, bis dann. Oder zuerst mal noch ein bisschen Marketing, ähm, ein Praktikum machen. Ja. Bis dann der Wohnberger nachrutscht und der Wuschel dann wirklich der Donn von den Donns wird. Und dass es dann wieder Platz gibt unten beim Sportchefposten für den Lustenberg. Vielleicht jetzt auch der Zessiger? Ähm, ich muss schnell eine kleine, kleine Exkursion machen, weil... Eine Exkursion? Eine Exkursion. Ich habe keinen Rucksack und keinen Ofersport. Ja, irgendwie. Hast du alles zu viel? Eine Exkursion findet statt bei diesem Wetter. Ähm, nein, weil, wenn man jetzt gerade so von künftigen Sportchefen redet, du wirst es sicher nicht, Baldi. Weil du mir am Telefon gesagt hast, du spielst seit 2003 Hattrick. Also, vielleicht kennt ihr das noch, der Fussballmanager im Internet, Hattrick, seit 2003 und du bist immer noch der gleichen Liga. Wie kommt das? Also, du bist offensichtlich nicht so qualifiziert, um Mannschaften zu zusammenstellen. Nein, nein, nein. Ich bin kein guter Stratege. Nein, das ist ja so. Also, jetzt, äh, ich weiss es nicht, ich will mir das nicht zutrauen im richtigen Leben. Ja, viel zu wenig selber Fussball gespielt. Ich erachte mich als recht guter Fan. So. Aber äh, sonst, auch strategisch und so, ich bin jetzt nicht, eben, ich bin jetzt nicht ein Genie. Ich schaue verdammt in den Matchen und habe das Herz diesbezüglich am richtigen Ort. Und sonst, selber habe ich nicht viele Fussballerfahrungen gesammelt. Am Shooter war ich nicht ausser am Skaten, in der Stadt. Und äh, dementsprechend, wenn es auch beim Turn oder so rumgegangen ist, wo ich bin, bin ich immer als Letztes gewählt worden. Ich war nachher Goalie. Ich habe dann nur noch eine kurze Exkursion in die Alternativ-Liga gemacht und so. Und ich habe einen guten Einsatz und zwei linke Füsse. Genau. Das sind schon zwei Orte, wo ihr euch getrefft und auch schon getroffen habt. Jetzt hast du direkt zwei linke Füsse. Nein. Alternativ-Liga? Ja. Also ich habe dich noch nie wirklich, wirklich gesehen, shooten. Ja, das stimmt. Ich auch nicht. Schon länger nicht mehr. So viel Verletzung, mehr Verletzung als der Lustenberger. Alternativ-Liga und Hattrick. Ja. Bist du ausgestiegen? Ja. Ich habe aufgehört, vor 20 Mal oder so. Nein, nicht gerade. Ein bisschen länger. Das hast du auch gemacht. Ja, länger. Aber ich kann nicht mehr sagen, wann. Ich war auch sehr erfolgreich. Ich bin zweimal aufgestiegen. Ich kam bis in die dritte Liga. Wo warst du denn? Ich kam in die vierte. Das war mein höchster. Momentan bin ich wieder in der fünften. Ich glaube, ich habe ja in der sechsten angefangen und jetzt bin ich in der fünften. Und ich tümple zwischen fünften und sechsten. Ich trage auch noch mal noch Goalie, weil es mir wenigstens zu tun gibt. Da musst du noch mal immer auf zwei Spiele pro Woche schauen. Also deine Mannschaft hat einen verdammt guten Goalie, aber vorne läuft relativ wenig zusammen. Vorher ist es völlig überaltert. Also diese Trelle ist fast so alt wie. Also du hast das verpasst, die Ära. Die Hattrick. Die Hattrick-Ära. Früher habe ich schon gemerkt, ich muss mich fernhalten von jeglichen Spielen am Computer, weil ich ein hohes Suchtpotenzial für alles, auch für Games. Und ich hatte mal so eine Phase in meinem Leben, in der ich zwei Jahre lang mein Haus praktisch nicht mehr verlassen habe. Ich habe dort in einer Wege gelebt und ganz viele Substanzen konsumiert, die jetzt nicht gesundheitsfördernd waren in dieser Zeit. Und darum weiss ich, Hände weg von Games. Aber weisst du, du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen, man kann mit dem Game gar nicht viel Zeit verbringen, weil es passiert nichts. Also es ist einfach Text und ein paar Bilder, es bewegt sich nichts. Du kannst deine Mannschaftsaufstellung machen und dann wäre es das. Am Mittwoch war das Training. Freundlich, genau. Es gab ein Freundschaftsspiel, wo man einfach die Aufstellung gemacht hat. Und am Samstag hatte man ein Pflichtspiel und am Sonntag konnte man, glaube ich, ein Jugendspieler aufnehmen. Das war auch am Samstag. Ja, das war auch am Samstag. Wo vielleicht etwas und mehr konnte. Du konntest nicht machen. Ja. Du konntest transferieren, neue Leute suchen oder so, aber das war dann auch lediglich. Sprich, mehr Zeit, um nicht gesundheitsfördernde Substanzen zu konsumieren. Ja. Und sonst habe ich es nur genau gleich wie du. Alles andere, so Game-Ding und so, das erachte ich als riesen Zeitverschwendung und das mache ich auch nicht. Ich habe noch so ein, wie hat das geheißen, Soccer Stars auf dem Handy. Das ist etwa 3-4 Jahre her, da habe ich mir das wirklich mal abgeladen auf das Handy. Und da ich selbstständiger werde und bin einfach einen Monat lang, ich bin so süchtig gewesen, dass ich innerhalb von einem Monat in der Top 50 oder der Welt rauf bekam, wo ich so viel Zeit habe, da reingesteckt habe. Und dann habe ich einfach praktisch nichts mehr gebügelt. Und dann habe ich es wieder lösen müssen und das war jetzt mein letztes Mal, wenn ich so etwas wäre. Wenn du auf dem Handy hast, hast du den Teufel wie im Hosen-Sack immer dabei. Das hat halt die Head-Trick, in der Zeit hatte man noch keine Smartphones, als ich das gespielt habe. Das konnte man natürlich nur um Grund, aber man konnte, ich meine die Spiele sind ja in Achtzeit gewesen. Also die sind wirklich 90 Minuten und so in die Higgs-Bausteine ist so das Spiel erzählt worden. So eben in der 13. Minute der Mittelfeldspieler spielt einen Fehlpass unbedrängt und gegnern in die Beine. Nachher musst du wieder zwei Minuten oder so warten, bis der nächste Satz kam. Und es hat tatsächlich, ich weiss nicht, ob es in Bern nicht gab, aber in Zürich, es ist so halber, es gab so Bars, die sich trocken. Mit einem Kaffee? Und dann hat man, nein, es war einfach so normale Barsche. Und dann hat man beim Host, hat man dann seine Spiel-Idee angeben und der hat das irgendwo in eine Software getan. Und dann sind auf der Grosslinie alle die Matchs von diesen Leuten gelaufen. Also gelaufen. Ein Ticker? Ein Ticker. Und du hast auch so 15 Ticker gehabt. Ja. Und die Leute haben erzählt von ihrem neuen Jugendspieler, der schon, der Mittelfeldspieler, der schon durchschnittlich im Spiel aufgebaut hat. Ja, genau. Wir waren im Internet-Kaffee und es hatten irgendwie etwa zehn Bildschirme nebeneinander. Und dann sind einfach alle bei sich eingeloggt gewesen. Und dann bist du einfach zu schauen, was bei einem anderen Laufen ist und so. Das war noch geil. Und ich glaube, die meiste Zeit haben wir eigentlich auch damit verbracht, indem wir in den Foren haben geschnurrt, wo wir nachher so Communities und so Dinge gründen konnten. Genau. Und das ist eigentlich von dem her ist es noch cooler gewesen. Also es gibt auch Leute, wo ich immer noch ab und zu Kontakt habe, wo ich im Hattrick lerne. Ich auch. Ich habe mal mit einem Mitbewohner gefunden, über Hattrick. Und alles wüsste. Also, vergessen Tinder, wenn ihr jemanden kennenlernen wollen. Hattrick, das gibt es immer noch. Man kann es immer noch spielen. Das andere ist halt vor Social Media. Das ist wie vor Social Media. Du hast das Forum gehabt, man hat dann angeschrieben, ein paar haben Blödsinn gemacht. Vor allem die Berner haben immer seich gemacht. Wirklich immer. Ja, genau. Wir waren ja wirklich lustig. Stimmt. Also, gerade nach dem zweiten Weltkrieg vor Social Media. Genau. Und später ist dann das IB-Forum aufgegangen. Und alle da hin. Wir müssen noch über die Nations League reden. Bevor wir komplett abschweifen. Wir müssen noch über die Nations League. Es waren jetzt doch zuvier Nazi-Spiele. Für die Spieler, glaube ich, noch drei. Hey, das hast du dir das mal überlegt. Die hatten jetzt ja Meisterschaft. Nachher Nations League. Jetzt fängt eigentlich Training in den Club-Style wieder an. Nachher spielen sie alles durch. Dann haben sie eine Woche, oder Pause. Dann eine Woche Zeit. Und dann geht die WM los. Ja. Ich habe gefragt, ob er das letzte Mal Ferien hatte. Und es war letztens Sommer. Das sagt ja eigentlich recht viel. Da wären im Fall noch viele kaputtgegangen. Wirklich viele wären sich dann noch verletzt. Aber als Fussballzuschauer, als Fan, sicher noch lesen, wenn ab und zu jetzt noch lustige Nazi-Spiele sind, auch noch gute Gegner. Wie haben die Nazi- Es ist ein bisschen eine Polemik entstanden, auch um die Nazi. Und ich persönlich gar nicht so wirklich verstanden habe. Es ist die nächsten Liga. Es ist ja eine Phase, alle sind müde. Es war lange. Jetzt probieren wir mal ein paar Sachen aus. Klar wäre es gut, wenn die Schweiz nicht aus dieser Gruppe Aber wenn sie abstiegen würde, dann spielt sie nächste Saison halt in der RB-Liga. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Wie habt ihr die Diskussion über diesen grotteschlechten Auftritt der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft empfunden? Bevor jetzt der versöhnliche Abschluss gegen Portugal kam? Ja, eben. Aus meiner Sicht das Ganze ein bisschen zu polemisch. Ich meine, Schaka hat ja nichts anderes gemacht als seine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht, dass er nicht ganz zufrieden war mit der Position, in der er musste spielen. Und ich meine, sei sie dann 0 zu 4 verloren gegen Portugal. Die Frage, die man sich stellen kann, ist, ob das wirklich strategisch der richtige Moment ist, das in diesem Moment zu sagen. Es ist ja auch schon ein erfahrener Spieler, der vielleicht auch schon den ein oder anderen Shitstorm hat sich über sich ergehen müssen. Dann weiss er ja, was das für eine Wirkung hat, wie er das dann direkt nach dem Match sagt. Und das ist ja dann klar, dass der Boulevard das macht, was sie dann gemacht haben. Es wird dann verdammt aufgekocht und ist er auch ein bisschen selber schuld. Aber dass man sich auch ein bisschen nervt, aus seiner Sicht verstehe ich so. Es ist ein bisschen beides eigentlich. Es war ein bisschen naiv eigentlich. Aber eben. Wer war denn Koli? Der Angel? Der Hitze? Oder wer ist der? Nein. Der Kobbel. Der Kobbel. Er hat gesagt, in diesem Interview hat er gesagt, ich versuche jetzt eigentlich Emotionen draussen zu lassen. Das konnte im Interview halt halt die Emotionen drin gelassen und ein bisschen weniger nüchterne Betrachtung gemacht. Naiv ist nie eine Aussage beim Chaka. Beim Chaka habe ich immer das Gefühl, es ist ja alles recht kalkuliert. Also wenn er weiss und wenn du so gegen Portugal verlierst, dann wird der Fall eingeprägelt. Und er hat so ein bisschen das Winkelrie-Syndrom. Er tut lieber extra sich noch davon positionieren, damit er das alles abbekommt, weil er weiss, ich verträge das. Der ist ja mental so brutal stark. Also was der schon alles auf den Grinden bekommen hat und nachher geht er auf den Platz der größten Spiel der Welt ab. Das ist bei ihm famos. Und ich glaube, das ist bei ihm so wie es Mourinho auch macht. Er kommt alles ab, dann kommen die Spieler nichts. Und der Chaka ist das finde ich in der Nationalmannschaft. Dass er uns alles bewusst ist. Wenn ich jetzt da noch hinstehe, dann komme ich es ab, aber mir macht das nichts. Ich bin aus Stahl. das hat sich aber doch noch recht aufgeregt, was es jetzt für einen Shitstorm gegeben hat. Er hat sich über die rassistischen Kommentare aufgeregt. Ja, das ist noch dazukommen. Ja, das stimmt. Aber das habe ich gar nicht gemeint. Ja, das stimmt. Das ist natürlich noch gekommen. Das ist noch einmal eine andere Geschichte. Aber das finde ich schon gar nicht mehr wert überhaupt zu erwähnen. Ja. Irgendwelche Idioten in irgendwelchen Online-Blittischen, in den Kommentarfunktionen vom Blick waren, sich rassistisch äussern immer noch gegen die Granitz, Schakas und Scheran, Schakiris. Ich finde wirklich so, ja, lebe weiter in deiner Höhle. Irgendwann bist du ganz alleine jetzt. Und die anderen sind weitergelaufen. Aber das andere, ich glaube, ich bin so irgendwo dazwischen. Naiv ist es sicher nicht. Ich traue mir nicht so, dass er das immer sehr, sehr bewusst provoziert, weil er Jose Mourinho macht. Ich glaube einfach, er ist, wie er ist. Was ich extrem einig bin mit dir, ist, wie hart er ihm nahe ist. Krass. Was der alles einsteckt. Hass im Internet. Immer wieder mal der Boulevard, der über ihn herzieht. Im Stadion, genau. Und dann steht er auf dem Platz und hat mal das letzte Spiel gegen Portugal. Hast du das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Was der an den eigenen Cornerfahnen noch abgerätscht hat und zwar super, dass es nachher Einwurf gegeben hat und nicht irgendwie Freistoß und geile Karten. Also mental stark ist er definitiv und gleichzeitig finde ich eben auch, zum Glück haben wir so einen wie der Granit Xhaka. Auch in dieser Runde immunieren wir immer wieder, wie Fussballer platte Tüden von sich geben oder eben keine Emotionen und nur so die ganz, ganz, ganz harmlosen Sätze von sich geben. Aus Angst, dass etwas so könnte entstehen. Und das macht der Granit Xhaka nie. Also ich glaube nicht. Ich ehr' und schätze ihn sehr dafür und finde, bleib' so wie du bist. Auf jeden Fall. Das brauchen wir. Also ich glaube nicht, dass, was du kalkulierst, er extra etwas sagt, weil er den Effekt genau abschätzen kann. Aber er wird sicher anstehen und das, was er findet, einfach ungefiltert sagen. Und er weiss, dass er für das nachher Schelter wird. Er sagt nicht etwas, was er nicht findet. Und das ja offensichtlich ist, dass der Xhaka natürlich lieber einen Petkovic-Fussball, wenn er das so nennen kann, wie halt jetzt die Schweizer in dem letzten Spiel gegen Portugal gespielt hat. Und dass er das natürlich lieber hat, als einfach reinstehen und sich verigeln und dann irgendwie probieren, einen Konter zu lancieren. Das ist völlig klar. Dass er das auch sagen darf. Und dass er das Team, je länger er mit spielen darf, dass Murat Jakin, was auch sehr legitim ist, Sachen ausprobiert. Man hat auch nicht mehr so viele Freundschaftsspiele. Es sind jetzt halt alles Nation-League-Spiele, die gewisse Sachen ausprobiert, experimentiert, die Spieler eine Chance gibt, um nachher so weit zu kommen, dass er sagt, wie es Pekovic gemacht hat, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Auch legitim, oder? Und dann geht halt ihnen wieder mal ein Spiel verloren, das dann nicht so schön ausgesehen hat. Die Sachen, die er probiert hat, sind auch noch etwas speziell gewesen. So wie das Lotomba-Ding und so. Ja. Oder dass er dann gar keine rechte Aussenverteidigung mehr hatte. Also das ist auch noch Schreck. Das ist um Jakin eine sehr deutliche Art, um jemandem zu zeigen, wie wenig er von ihm haltet. Also weisst du, du hast mit Babu einen Ersatz auf dieser Position, aber du nimmst lieber niemand mit, als Babu den da nicht zu tun. Das ist schon, finde ich, jetzt noch ein recht deutliches Zeichen, dass Babu seine Karten nicht jetzt optimal stehen in der Nationalmannschaft. Ja. Wenn Renato Steffen aussenverteidigt. Renato Steffen aussenverteidigen. Das war dafür sehr beachtlich, wie polyvalent das der Steffen ist. Das ist ja. Er hat das gut gemacht. Ein Linksfuß. Ja, er durfte dann nicht überwachsen. Aber trotzdem. Aber was sich auch für mich bestätigt hat, ich habe bei all diesen Niederlagen und eher nicht so guten Leistungen immer gedacht, ja, aber ein Zakaria ist nicht dabei. Und vor allem mit der Innenverteidigung. Wir haben immer, wir haben nie mit Akanji und Elvedi gespielt. Immer entweder der Akanji oder Elvedi oder beide haben gefehlt. Und ich habe mir dann immer gedacht, ja, wenn die dann zurück sind, dann sieht es wieder anders aus. Und dann sind sie zurück gewesen, gegen das Portugal-Spiel. Holy Shit, das hat wieder anders ausgesehen. Krass. Das war krass. Das war schon geil. Aber die sind schon an der EM absolut unfassbar gut gewesen. Und mit denen kannst du dir eben auch so mehr Sachen erlauben. Jetzt sagen wir zum Beispiel, ich finde es auch durchaus legitim, dass Murat Yacke natürlich einen Plan B haben, wie andere Taktiker ausprobieren. Vielleicht gibt es mal eine Mannschaft, die es Sinn machen würde, etwas tiefer zu stehen und dann etwas mehr auf Kontra spielen. Das macht durchaus Sinn. Aber solche Sachen kannst du natürlich eigentlich nur machen, wenn du hinten die zwei Jungs hast. Weil sonst, wenn du einfach hinten stehst, und du hast andere Leute gegen Portugal dann gesehen, du bist einfach überrollt. Das geht dann einfach nicht. Dort hat man gesehen, wie unfassbar wertvoll diese sind. Also wirklich, es ist krass. Und sie spielen so sauber. Ihre Zweikämpfe sind so sauber. Also ich habe nie eine Penalti gefahren oder so. Genau. Das habe ich gehört. Ich habe nie Angst gehabt, dass aus Versehen plötzlich noch... Das ist... Ich meine, in meinen Freunden hat es das durchaus mal noch gegeben, dass Sendero jetzt einmal vielleicht mal einen Spieler getroffen hat. Und Juru sowieso. Das hat... In den Gym musst du immer zittern. Fabian Schär ist... Fabian Schär kann das durchaus auch passieren, ja. Grossartiger Spieler, auch in der Spielauslösung. Also ich liebe Fabian Schär 150 Meter Diagonalpass. Aber du bist jetzt auch nach dieser Kampagne nicht mega viel Sorgen falten, wenn es um die Schweizer Nazi geht. Also nach den zwei letzten Spielen zum Glück weniger. Also die zweite Halbzeit gegen Spanien habe ich mich eigentlich schon recht überzeugt. Und am Sonntag habe ich es recht okay gefunden. Nein, jetzt habe ich keine Sorgen falten mehr. Kurze Zeit bin ich ja schon gedacht, okay, Scheisse, was kommt jetzt da auf uns zu? So. Aber eben genau so, wie du vorhin gesagt hast, muss ja auch die Möglichkeit haben, Murat Yaki muss ja auch die Möglichkeit haben, dass er irgendwie etwas probieren kann und ausprobieren. Und wenn du dann nur noch die Nations League hast, und keine richtigen Veränderungen, dann ist das gerade ein bisschen schwerwiegender, wie man dort nachher so Absacker hat. Obwohl, das ist ja genau das, wenn man jetzt mehr fragt, ob ich das gut finde mit dieser Nations League, dann finde ich, das ist schon ein rechter Gewinn. jetzt für uns, ich meine, jetzt hat es gleich plötzlich irgendwie, ich schaue das viel lieber als ein Fremdchen. Es ist natürlich, wir sind in der komfortablen Lage, dass wir die Gruppe A sind und nicht Gruppe B oder C, oder? Ja. Dort hättest du dann so ein Nations League-Spiel gegen Zypern. Es gibt sogar Gruppe C. Es gibt sogar Gruppe D. Ah schon? Ja. Mit Gibraltar und leichten Stein. Das wäre eigentlich, ja. Wäre die beste Möglichkeit, um sich für WM oder EM zu qualifizieren. Einfach zuerst mal abzusteigen bis in die Gruppe D und dann die Gruppe gewinnen. Ja. Dann noch in den Rutsch. Top. Du musst einfach 10 Jahre rechnen bis dann. Ja, aber eben. Ich finde, man darf es dann durchaus aber nicht so sehen, als ging es jetzt darum alles. Ich finde, ich bin total bei dir. Ich habe die Nations League schwierig gefunden, am Anfang, als sie erfunden worden ist und mittlerweile finde ich es eine gute Sache, weil es sind wirklich andere Spiele als die Spiele gegen Kosovo, die wirklich Testspiele sind. Was man auch gesehen hat, ja. Ja, eben. Und wir haben ja auch Stadionauslastung. Die Stadien sind voll. Ja, aber natürlich auch Spanien und Porto. Ja, eben. Ja, eben. Das ist für uns ein Glück in der Gruppe Azi. Das ist ja nicht Glück. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Die Ukraine ist im Fall ausgeschlossen worden wegen dem Corona-Fall. Nur so zu sagen, sonst wäre sie schon vielleicht anders. Der wäre mit Gruppe Azi. Eben, darum ist es gleich ein Glück. Aber es ist natürlich so, dass wenn du... Ich meine, ich habe gewisse... Ich meine, wenn ich jetzt an Murat Jakins in ihrer Stelle wäre und du weisst, du übernimmst eigentlich eine sehr gut funktionierende Mannschaft und die haben wie ihren bevorzugten Spielstil. Du wolltest dann doch auch einfach etwas Eigenes noch reinbringen. Also, dann wolltest du irgendwie etwas Pröbeln. Ich kann doch nicht einfach das übernehmen. Und es ist natürlich sehr fies, dass das jetzt vorher nicht so gut funktioniert hat und kaum leistest du wieder auf Petkovic gegen Portugal. Das ist natürlich wirklich blöd. Vielleicht hätte er lieber nicht gewonnen. Wenn man sagen kann, mein Vorgänger hat schon das herausgefunden, was es herauszufinden gibt mit dieser Mannschaft und man muss das nicht alles über Bord werfen. Nein, aber du wolltest dich noch weiterentwickeln, oder? Ich habe ja die Spieler dazu aufgebildet. Gibt es bei IB-Spielern, wo du siehst, die hätten das Potenzial bald in die Natzeit zu kommen, die jetzt noch nicht sind? Also Christian Fasnacht kommt dann sicher wieder zurück, wenn er mit ein bisschen gespielt hat? Ja, also die Entwicklung, aber der Zessiger ist auch schon auf Bord geworden. Also die Entwicklung des Zessiger, seit er gekommen ist, habe ich auch noch recht beachtlich gefunden. Aber ist natürlich nicht Elvedia Kanschig? Nein. Ja, aber für die braucht es ja auch einen Ersatz, falls du die einmal nicht möchtest. Aber mit dem Cemert kann er mithalten. Ja, mit dem Cemert vielleicht, ja. Fabian Frey macht es jetzt auch nicht mehr allzu lange. Einmal nicht auf dieser Position dort. Ja. Und sonst, lass mich in mich gehen. Ja, haben die schon noch ein paar, ja. Ja. Also da, wie heisst der Schrank hinten? Heisst der Amin da? Ja. Das ist ja eine rechte Kost. Ja. Der wird sicher mal kommen, aber der ist halt noch jung. Und auf mir, die Entdeckung von Saison, war ja eh auch der Blum. Ja. Ausser Verteidiger. Ja. Sorry, brauchen wir nur einen. Der ist halt auch der rechte Verteidiger. Sorry. Der hat doch nicht immer nur so stark gespielt. Ja. Aber der war schon sehr gut. der Wittmer. Der Silvan Wittmer. Der Wittmer. Unfassbar. Was gesetzt ist, ist die Abwehr. Sogar der Ricardo Rodriguez, den ich doch auch schon fassen kann. Aber das ist doch nicht so fein, oder? Das ist langsam vorbei. Nein, also was ich muss sagen, ist... Alternativlos im Moment. Ja, logisch ist der Alternativlos. Was man bei ihm extrem krass gemerkt hat, ist, der hat ja immer solid gespielt in der Nazi. Er hat immer seine Defizite gehabt, durchaus. Also er hat manchmal komische Bewegungen gemacht. Er hat es noch einmal ein bisschen wett gemacht. Irgendwie hat bei ihm alles funktioniert. Dann hat er alle Penaltys hin und eine Zeit lang gewechselt auf Italien. Er hat zuerst nicht mehr gespielt. Nachher hat er in der Nazi immer noch gespielt, aber nicht so gut. Dann hat er angefangen Penaltys zu verschiessen. Bei Milan überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und das hast du ihm so angemerkt. Also er war einfach psychisch ein bisschen angeschlagen. Er hatte ein Selbstvertrauen und dann ist gar nichts mehr gegangen. Und jetzt spielt er wieder bei Torino wieder gespielt. Jetzt funktioniert es wieder viel besser. Er ist, glaube ich, schon sensibel, das auf ihn zutrifft. Ziemlich gut. Absolut. Aber jetzt wieder viel besser als in der Zeit, in der er noch nicht gespielt hat. Ich bin verengt. Oh, Stergiu. Super Spieler. Ich habe nur gedacht, das ist vielleicht nicht der idealste Zeitpunkt um dein Debüt zu feiern, wenn du in der Schlussphase gegen Portugal 1-0 vorne bist und dann reingerührt wirst und du musst helfen das 1-0 halten. Man hat mir ein bisschen angemerkt, dass er jetzt ein Jahr nicht noch in der Achteracht ist, ist dann Penaltys verschuldet. Im Strafraum, zum Gegenspiel mit den Händen oben ein bisschen ich muss ja dastehen, aber ich will sicher keinen Penaltys verloren. Es gibt schon bessere und weniger gute Momente für ein Töp in einer Nationalmannschaft. Ja, das glaube ich an. Das glaube ich an. Dann noch als Verteidiger. Ja, ich bin an. Und nicht auf seiner Position. Er ist ja rechts hinten reinkommen. Sonst spielt er auch in der Mitte. Aber immerhin jetzt das Nazidebüt gegen Portugal gewonnen. Super. Und er kann jetzt nicht mehr für... Wer hätte er alles spielen können? Für Griechenland? Und... noch für eine Nation? Keine Ahnung. St. Gallen. Ja, Ostschweiz. Du bist der Tum St. Gallen. Genau. Er hat nochmal eine Nationalität auf alle Fälle. Also gut. Dann haben wir ihn auch noch. Als Innenverteidiger. Ja. Ja, in der Verteidigung habe ich nicht so Sorgen. Wo hast du denn Sorgen? Sorge habe ich nicht wirklich. Aber wenn ich es nicht so klar sehe, ist schon vorne. Wer regelmässig... Also ein Goalgetter. So ein Haaland. Klar Haaland. Das ist so gemein, wenn du so einen hast. Aber einen... So viele kleine Notionen haben so einen. Alle haben einen. Die Norweger haben jetzt Haaland. Die Polen haben Lewandowski. So einen, der vorne einfach... Wäre schon noch gut. Ja. Ja, das ist definitiv ein kleines Problem. Der Mann aus Sursee... Also ja, jetzt hat er auch wieder einmal einen gemacht. Wie lange ist es gegangen? Ein Jahr, glaube ich. Aber er hat auch fast nie gespielt. Ja, ja. Er war schon so lange verletzt und fast nie gespielt. Nein, wir haben viele... Aber er macht sie. Ja, er macht sie. Und wir haben... Harri Seferovic... Wenn ich gar nicht den Harri Seferovic wirklich... Du hast so viele wertvolle Dienstleistungen. Ja, das hat er. Aber das ist dann nochmals schwieriger, oder? Wie lange kann schon... Also in den Nazis dauert das ja mal ein bisschen länger. Jemand, der verdienstvolle Arbeit geleistet hat für eine Nationalmannschaft, der kann sich noch länger einen Standplatz halten, auch wenn er eigentlich vom Vorumstand her vielleicht gar nicht mehr gerechtfertigt wäre. Den Neuen hat es dann viel schwieriger, den zu verdrängen, der ja... Oh, dem haben wir so viel zu verdanken. Aber irgendwann musst du dann trotzdem sagen... Ja, jetzt musst du vielleicht mal hinten anstehen. Und das wird dann wirklich schwierig, oder? Wenn so den Konkurrenten... Du musst führern lassen und kannst dann so einen auf die Bank setzen, der vorher immer gespielt hat und so viele Goals geschossen hat. Aber ich finde es auch geil, wenn du mit ihm und dem Okafor spielen kannst. Das ist natürlich auch noch eine Variante. Ah ja, Okafor ist noch eine... Ich habe mir nochmal gerade überlegt, weisst du so... Oh, wenn man jetzt Super League anschaut, weiss ich dort schon die schweizerischen Stürmstars. Also wann ist das letzte Mal ein Schweizer Torschützenkönig geworden? Wer war das? Adrian Knupp. Nein, wahrscheinlich Petric vielleicht. Ja. So lange her? Warte, jetzt hast du noch irgendeinen Schweizer gegeben. Weisst du eben, bei uns in den Klubs... Ah nein, wahrscheinlich der Alex Frey oder der Streller logisch. Genau. Aber wenn man jetzt so die neue Zeit, die Gegenwart anschaut, welche Mannschaften haben, funktionieren die Schweizer Stürm. Also das ist wirklich ein allgemeines Problem bei uns. Ja, wo fängt dann? Pisst dich da Katze in den Schwanz? Ist es so, dass die zu wenig ausgebildet werden in der Schweiz, damit die nachher die Schweiz reüssieren können? Werden denen immer ausländische Topscorer vor die Zone gestellt? Und darum kommen jetzt nie so weit? Was ist das? Ich habe das Gefühl, dass das sicher ein grosser Faktor ist. Also du kaufst ja halt mal schnell mal als Mannschaft... Du kaufst ja halt mal schnell mal einkaufen. Also BIP ist auch mal definitiv so. Ja, aber das würde auch heissen, es hat zu wenig Schweizer, die irgendwie nicht gefragt haben. Jetzt muss man sagen, der Anduni ist auch aufgebotten worden. Ah ja, klar. Immerhin. Aber ja, es ist natürlich... Ich meine, die Position im Sturm ist so wichtig, dass du halt einfach dort, wenn du noch einmal das Geld investierst, wenn du jetzt nur einen Ausländer kaufst, dann würden, glaube ich, alle in Stürmen kaufen, weil dann hast du einfach die Auswahl aus viel mehr. Und du musst... Es macht so... Ich meine, schau mal, Norwegen. Norwegen ist ohne Haaland, sind die etwa Estland. Und mit dem Haaland sind sie einfach... Schweiz. Mindestens die Schweiz, oder? Ja. Das macht so viel aus, selbst im Superspitzenfussball. Darum gehst du dir im Ernst das Geld aus. Und das heisst aber dann wiederum auch, dass die eigenen Nachwuchsspieler, die Schweizer, eben vielleicht nicht vorbeikommen. Ja, aber... Ich meine, eBay hat bis jetzt... Eitan Cole, dann hatten sie ja drei ausländische Stürme, oder? Ja. Aber Norwegen hat jetzt auch nicht alle fünf Jahre ein neues Haaland. Also das ist ja schon eine aussergewöhnliche Situation, die auf die Schweiz vielleicht noch zukommt. Irgendwann haben wir uns Haaland. Ich glaube nicht mehr daran. Alle Länder hatten einen Superstar und die Schweiz nicht. Ja. Ja. Wie hat Finn geheissen? Littmannen. Littmannen. Genau. Oder Jean-Puisant. Ja. Er ist der Einzige, der es immerhin mal in den Top 15 gearbeitet hat, beim Ballon d'Or. Der einzige Schweizer. Okay. Und sonst hatten alle Nationen eigentlich schon viel mehr, die dort weit vorne nicht klassiert waren. wie sie sind. Zum Abschluss unserer Fernsehzeit. Wir haben nachher noch das eine oder andere Thema, das wir miteinander besprechen müssen. Noch mal schnell zurückzukommen zu eBay. eBay ist ja nicht allein. Nächste Saison in dieser Liga. Es gibt ja dadurch noch etwas Konkurrenz. Aus neutraler Perspektive, also aus meiner, betrachtet, ist eBay schon recht deutlich der Favorit auf den Titeln. Nächste Saison. Siehst du das anders? Also es wäre jetzt noch eine Zeit lang offen. Ja. Aber rein von dem, was sie jetzt schon haben, und was sie jetzt schon geholt haben, würde ich bis jetzt sagen, ja klar. Rechnest du fest mit dem Titel schon? Oder siehst du da von anderen Vereinen Konkurrenz? Ich rechne jetzt nicht mehr unbedingt einfach so mit dem Titel. Also jetzt habe ich ein bisschen die Selbstständigkeit drin gehabt. Bei euch lädt es so schnell um. Nein, nein, ist schon gut. Also ich finde schon, wir haben sehr gut eingekauft. Und ich bin zuversichtlich. Wir werden sicher aktiv im Titelrennen teilnehmen. Weisst du noch, also wir sind ja Transfersieger bis jetzt, oder? Weisst du noch, wer letztes Jahr Transfersieger war? Wo überall gestanden ist, die sind Transfersieger. Wer war das? Schlechtsomen. FC Luzern. FC Luzern, okay. Ja, wo sie dann Badstuber und Gentner gehabt haben. Aber das eBay jetzt nächste Saison in der Barrage landet. Die Gefahr ist relativ klein. Die ist klein, ja. Ihr müsst einfach nicht Transfersieger werden. Und nächste Saison ist ja glaube ich auch wieder so, dass der erste unter zweit Platz berechtigt für die Champions League Qualifikation. Du rechnest wirklich schon. Der Problem ist schon wieder gross, oder? Also der erste oder zweite Wahl, ja. Das ist schon. Ich denke auch, ja. Zum Abschluss, weil dir schon etwas auffallen, das wir heute noch telefoniert haben, wo du mir gesagt hast, dass die Schweiz recht weit oben ist auf der Liste der Kurzlebigkeit von Trainern. Also im Trend, die leben schon lange. Auch in der Schweiz. Lebensqualität ist hoch, aber sie bleiben nicht so lange im Amt. Das ist offenbar in der Schweiz wie fast niemand sonst. Das ist ein grosses Problem, ja. Das ist bei dir eine Frage im Raum gestanden. Bei mir. Ich habe mir als erstes gesagt, wahrscheinlich zieht das Wallis unseren Schnitt recht fest runter. Das ist schon so. Also hoch? Ah, die Amtsdauer, Amtsdauer, Amtsdauer. Amtsdauer, Amtsdauer. Genau, ganz genau. Was sind da Gründe, wieso in der Schweiz selten ein Trainer alt wird auf seiner Position? Also es gibt ja eigentlich zwei Sachen, warum die Trainer nur kurz im Amt sind. Entweder werden sie entlassen, oder sie werden abgeworben. Und bei der Schweiz ist es halt so, dass wenn du gute Arbeit leistest, Meister wirst, dann bist du weg. Seien Breitenreiter, Hütter, Soane, alle die, die dann einfach weg sind. Und wenn du nicht gute Arbeit leistest, wirst du einfach entlassen. Und du wirst halt sehr schneller entlassen, weil halt die Liga sehr klein ist und die Abstiegsgefahr relativ schnell mal gegeben ist. Und dann ziehen die Klubs gerade in der Schweiz sehr früh die Reistlinie im Vergleich zu anderen wo. Und das gibt einfach einen unfassbar hohen Schnitt, der ja wirklich sehr beängstigend weit oben ist. Weil man sieht es ja bei vielen, dass Konstanz eigentlich durchaus etwas Gutes ist, wo die Mannschaften, die jemanden länger haben, durchaus weit führerkommen. Beispiel St. Gallen. Und Peter Zeidler hatte auch nicht so eine gute Phase in der Hinrunde. Und Arne Sutter hat schon den Abstiegskampf ausgerufen und hat nach dramatischen Tönen getönt in St. Gallen. Man hat dann an Peter Zeidler festgehalten und sie sind belohnt worden mit einer grossartigen Rückrunde. David Wagner wäre keine so eine Kooperation, um weiterhin auf David Wagner zu setzen. Du findest es richtig, dass man dort gehandelt hat? Ja, das finde ich richtig, ja. Es ist wirklich so, für mich ist es erschreckend gewesen, dass sie innerhalb von zwei, drei Monaten sind das schon fast wieder Uli-Vorte-mässige Ausmass von Spielweise. Also einfach Spiele, die man verliert und sehr viel das Querspielen und Rückpässe und einfach so, viel weniger das Modern mit dem Pressing und so. Ich habe selber fast nicht mehr zuschauen können. Er war mir zwar recht sympathisch, so sympathischer als gewisse andere Vorgänger, aber eben irgendwie... Nein, ich bin echt froh gewesen. Und für mich wäre übrigens der Zeidler auch noch ein Kandidat gewesen für den Verein zu sein. Aber er entscheiden sich enorm die Geister. Also der Spau. Ja, ja. Dann würdet ihr euch in St. Gallen noch beliebter machen, wenn ihr an anderen Trenner fährt. Ja, das IB ist der neue FCB. Bedient sich halt dort, wo die guten Spieler sind. Vielleicht kommen wir noch auf Beziehung... Wir kommen auf Beziehung von IB, vom IB-Fan zum FC Basel, wie die sich verändert hat, über die Jahre vom Misserfolg und nachher auch in diesen Jahren vom Erfolg jetzt aus Sicht von IB. Kommen wir gleich in unserer kleinen Nachspielzeit. Wir verabschieden uns an dieser Stelle vom Fernsehpublikum, wiesen gerne darauf ein, dass ihr uns hören könnt, und zwar in voller Länge, auf allen Podcast-Portalen und auf eurer Podcast-App. Seid Cara Gisler, ihr findet uns. ... ... ... ... ... ...